Ja, guten Morgen, mein Lieben, Christian Schmeier, Diplom-Sychologe und so weiter und so fort. Genau, wir reden heute mal über das Thema Grenzen setzen in zwei E-Mails. Danach wollte ich gestern schon machen, aber hatte keinen Ton, war schon mal zu müde. Dann gehe ich nochmal kurz über meine Webseite, was es da an Unterstützungsmöglichkeiten gibt für dich, weil es ja bis heute Abend 24 Uhr noch den 25%-Code gibt auf meiner Online-Kurse, auch auf die Bundles, BlackWeek25. Vielleicht gehen wir heute Abend auch live auf YouTube und Instagram. Ich bin gerade von mir mit Umzug und Haus, aus dem ich umziehe, was absäuft regelrecht. Und ich bin gerade echt so viel um die Ohren, das ist einfach grausam. Also wenn ich euch mal mehr mitnehmen soll im Alltag auf Instagram, schreibt es gerne mal richtig halligalli bei mir gerade, wirklich. Na ja, gut, dann schauen wir doch mal in die erste Mail, würde ich mal sagen. Ja, hallo Christian, ich habe heute eine Frage zu Weihnachten, die ich schon in der Community bei Facebook, meine Facebook-Gruppe heißt übrigens Liebeschip Excalibur. Und ja, einfach mal Facebook suchen, ja, weiß ich nicht, sind so bummelig, knapp 1000 Leute drin, könnt ja gerne vorbeikommen. Und die sehr kontrovers diskutiert wird. Mich würde nun sehr deine Meinung dazu interessieren. Mein Freund und ich sind seit August zusammen. Das ist wieder die berühmten 200 Tage. Ja, jetzt geht es um die Weihnachtsplanung. Am 26. lädt er seine drei Kinder, zwei Ex-Frauen und mich, zu einem großen Festessen, was ich zu Hause ane. Das finde ich schön und passend. Viele finden das nicht in Klammern. Halligabend, ähm, warte, muss ich jetzt mal gucken. Drei Kinder, zwei Ex-Frauen, ach du liebe Zeit, okay, aber warum nicht Weihnachten, Fest der Liebe. Halligabend hat mir noch nicht geklärt, ich finde es aber schön, den Abend zusammen, gerne auch mit seiner Tochter, die noch bei einem Boden zu verbringen. Nun hat er mir eröffnet, ähm, das ist der Heiligabend seiner 16-jährigen Tochter, die hauptsächlich bei ihm wohnt und deren Mutter gehört. Das geht mir ziemlich gegen den Strich, zumal meine Tochter im Ausland ist und ich, äh, allein bin. Über den 25. haben wir noch nicht gesprochen. Ja, also da kann man natürlich, äh, fern jetzt viele Leute, verschiedene Ansichten zu haben. Ich sage euch aber gerne meine Ansicht, ähm, also von mir war das damals, ich hatte ja so eine, ähm, für mich megatoxische Beziehungen, die, die so anfing zu krümeln und ich weiß nicht was. Und, äh, ja, wo es alle möglichen Probleme gab, auch nach 200 Tagen. Und, äh, ich hatte mir dann, das war auch damals die Zeit, wo ich meine Arbeit entwickelt habe. Ähm, danke nochmal an die nette Freundin, die mich da unterstützt hat, äh, durch ihr Verhalten. Ähm, ähm, also, und ich habe mir damals das gelernt, auch mit Scheiners und Deer Rekern und, äh, da ging es auch auf Weihnachten zu und dann fing die halt genauso an mit, äh, kann ich ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, fing die halt genauso an mit, äh, also das hieß erst Weihnachten können wir uns gar nicht sehen, ne? So können wir uns gar nicht sehen und, äh, weil, und dann Liste von random Gründen, also erst, genau, äh, mit, äh, mit ihrem Kind, das wäre halt nicht möglich zu Weihnachten und dann mit ihrer Familie wäre aber auch nicht möglich und da sie erst mit ihrem Kind mit ihrer Familie. Und da habe ich ja auch, äh, damals gesagt, also, sorry, äh, am Arsch, ne? Also, äh, was stimmt mit dir nicht, ne? Also, wirklich, sorry, mache ich auf gar keinen Fall mit. Und dann gab es, äh, einen Riesenaufstand, wie schlimm ich bin und, äh, böse, äh, mach mal ein bisschen mehr Licht, glaube ich. Ja, also, da gab es einen Riesenaufstand, äh, wie schlimm ich bin und wie böse ich bin und, äh, da habe ich gesagt, ja, sorry, kannst du nicht mal als eine Freundin, die mich Weihnachten nicht sehen will, äh, am Arsch, ne? Da habe ich keinen Bock drauf, ne? Und, äh, habe das dann auch durchgezogen, gab da natürlich einen Riesen-Trara und dann gab es zu Weihnachten noch eine WhatsApp, ja, deine Gabel und dein Messer liegt hier, oder das, diese Dramatik. Aber egal, es, äh, ist vorbei alles. Äh, also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, finde ich völlig, ich sage es mal ganz ehrlich, asozial, irgendwie den Partner allein zu lassen am 24. und stattdessen, ähm, ja, Kind und Ex-Frau nach vorne zu stellen, ne? Ähm, ja, das sind halt Prioritäten, die gesetzt werden, die werden sich dadurch die ganze Beziehung, äh, ziehen und, ähm, ist auch nicht sehr empathisch. Also, aber gehen wir mal ein bisschen allgemein ran. Für viele ist halt nur der 24. ist einer der sogenannten symbolischen Tage, wie ich das immer wieder gerne sage. Und das heißt, was man da macht, zählt, äh, 15-, 20-, 50-fache in einer Beziehung, so, ne? Und, ähm, und ich sage auch immer, allen Paaren sage ich immer, Leute, Weihnachten, nehmt euch Zeit, besprecht es rechtzeitig, gerade so Patchwork-Familien, besprecht es rechtzeitig, dass alle zu ihrem Recht kommen. Also, natürlich haben auch andere Menschen Rechte, sage ich mal. Aber es ist auch so ein bisschen, was man manchmal so Ordnung der Liebe nennt. Also, wer hat die höchste Priorität, ne? Und das sieht man eben am 24. Also, jetzt sagen natürlich manche am 24. ist mir, äh, scheißegal irgendwie so, ne? Ja, dann ist es völlig okay, aber erst dir nicht scheißegal. Und da zeigen sich halt, äh, Prioritäten. Und dein Mann, äh, dein Partner hat halt die, da bist du halt Priorität 3 offensichtlich, ne? Du wirst irgendwo mit den extra und mit dazugenommen am 26., immerhin. Ähm, äh, ja, und das kann man nur so in Liebe annehmen. Und auch seine Standards und Dealbreaker ist zu gucken, weil mir steht definitiv drauf, ähm, Weihnachten, Heiligabend, Partner alleine lassen, ja, das war's, ne? Also, wäre bei mir ganz klar, jetzt schreiben wir immer wieder Leute, Weihnachten ist mir scheißegal, weil, äh, keine Ahnung, ich komme aus der, äh, Regenwald-Religion, wo wir den, äh, was weiß ich, 20. Mai feiern. Ja, wenn's euch egal ist, ist's euch egal, alles gut, ne? Aber es ist ja dir nicht egal und wie gesagt, hier in unserer, in unserer Kultur ist eben der 24. äh, ein wichtiger Tag. Und das, also meiner Ansicht nach ist das halt oft so Sachen, wo, ist, glaube ich, auch bei vielen Männern ein Problem, die, ähm, Schuldgefühle haben mit, äh, Kindern und Trennung und ich weiß nicht was, aber nicht mehr unbedingt mit einer 16-jährigen Tochter, weiß ich nicht, ähm, und sich dann irgendwie nicht durchsetzen können und auch nicht wollen, ne? Die wollen einfach keinen Ärger haben mit niemandem, mit der Ex nicht, mit der Tochter nicht, ähm, und, äh, setzen sich dann nicht durch irgendwie und, ähm, ja, das, und, und, äh, dann rutschst du, du solltest ja eigentlich auf Nummer 1 stehen auf der Prioritätenliste, also von den Ordnungen der Liebe sollte die Paarbeziehung immer die höchste Priorität haben, so, ne? Und, ähm, ja, es gibt halt ja aber nicht, weil er den Konflikt wahrscheinlich scheut oder weil, weil du ihm einfach nicht so wichtig bist, wissen wir jetzt nicht. Äh, und es gibt ja andere Möglichkeiten, ne? Ich meine, selbst wenn man diesen Heiligabend irgendwie aufteilen würde, so, ne? Auch noch kann man, oder wenn er mit dir das Gespräch suchen würde, so, aber, ähm, ich glaube, das haben in der Community, ich glaube, die anderen auch so gesehen, ähm, Man will sich ja auch einfach nicht ärgern zu Weihnachten, also ich würde lieber, äh, was nicht allein, mein Single-Menü machen, oder, äh, es gibt ja auch Veranstaltungen über Weihnachten, irgendwelche Reisen, keine Ahnung, als mich ärgern über einen Partner, der mich auslädt, auf dem 24. sage ich ganz ehrlich, ja, aber wie gesagt, das ist auch eine persönliche Sache, muss man immer wieder sagen, Sterns und D-Breakers, mein Modul 1 übrigens, wie viele weitere Sachen im Modul 1, also wenn du neu bist in meiner Arbeit, super Einstieg, aber kommen wir gleich am Schluss nochmal zu, ähm, gut, und dann haben wir noch, glaube ich, eine zweite E-Mail zum Thema Mutti, glaube ich, Grenzen zu Mutti, so, wo haben wir das, so, äh, von, äh, Anna Tevkula, äh, vielen lieben Dank für die Kurse, mache gerade Modulen 0 bis 5, ja, also auch die Kombis sind, gibt es gerade günstiger, also, billiger kommt ihr echt nicht dran, ich bräuchte bitte einen Tipp, äh, wie ich umdenken kann, da die toxische Beziehung zu meiner Mutter besteht, meine Mutter hat mich jetzt, ähm, über 40 Jahre, ich bin Mitte 50, so isoliert, dass ich isoliert großgeschrieben, dass ich gar nichts anderes gesehen habe, im Vergleich ist es heute so, wie jemand, der in einer Sekte war, na, das sagen viele, oben steht der, die Allwissende, ich habe es wirklich nicht gesehen, zumal das ganze Umfeld immer wieder gesagt hat, wie toll, Mutti ist, na gut, das wissen wir ja bei vielen Menschen, die, weiß ich jetzt nicht, ob deine Mutter darauf zutrifft, aber vielen narzisstischen Menschen, dass sie nach draußen natürlich immer, äh, schöne Seite zeigen, gefeiert werden von allen und der Missbrauch seiner hinter verschlossenen Türen stattfindet, aber ich will jetzt nicht sagen, dass deine Mutter narzisstisch ist, aber, ja, ähm, das ist manchmal echt ganz schlimm, äh, zumal das ganze Umfeld und ich noch so ein Glück habe, so eine tolle Mutter zu haben, meine Mutter ist dazu auch wunderschön wie Pocahontas, also lese ich Wort für Wort fort hier, ich komme mehr nach meinem Vater, ich habe den vollen psychischen Missbrauch erlebt, äh, du bist schlecht, ja, nur weil jemand, wie gesagt, Dornstein auch noch seine ganze Energie in Äußerlichkeiten steckt, macht das diese Person nicht zu einer guten Mutter, ne, äh, du bist schlecht, nach schweren, äh, Depressionis arbeite ich jetzt ehrenamtlich mit an demenzerkrankten Menschen, habe zwar Hunde, einen Schutzengel und einen spitzen Universum, meine Mutter hat auch nie gearbeitet, sie hat früh mehrere Häuser geerbt, ich bin überglücklich, seine Kurse gefunden zu haben und arbeite jetzt die Module durch, bräuchte Hilfe, wie ich es auf meine Mutter anwenden kann, ich hoffe natürlich irgendwann auf eine gesunde Beziehung zu einem Partner, ja, bis jetzt hatte ich noch keine lange Beziehung zu einem Lebenspartner, dafür halt meine Freundschaften wirklich lange, ja, deswegen haben wir auch drei Bindungsangstkurse, weil fast, also die meisten, die bei mir sind, mit Bindungsangst zu tun haben, aus gutem Grund, ähm, ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen, ja, also ist doch super, äh, Freundschaftsbereich tun sich viele fast noch schwerer als mit Partnerbereichen, ist doch super, äh, ich liebe wirklich gerne, mag Mensch und Tier und hoffe, das bald ohne psychische und physische Schmerzen erleben zu können, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die so dämlich ist, also ne, dämlich ist man schon mal gar nicht, ne, also ich kann euch sagen, vielleicht mache ich da auch mal ein Video zu, wie viel Müll ich gebaut habe in Beziehungen in meinem Leben, ey, das ist, also jetzt Richtung, war eigentlich immer sehr loyal, aber wie viele Pluspole, meistens komplett überloyal, ähm, und, äh, aber ich habe auch so, so Tage und so Tage, wo ich manchmal denke, oh, wie doof war ich, oder warum habe ich die zehn Jahre das gemacht, kann auch nicht wahr sein, warum habe ich das nicht gesehen, aber, ähm, das diskutieren wir übrigens im Glückskurs viel, also dieses, warum man nicht hadern sollte, verschwendet Lebensenergie, sage ich immer, aber manchmal habe ich auch so Tage, wo man einfach denkt, mein Gott, hätte man das nicht, also ich sage mir auch ganz oft, hätte ich das Wissen nicht schon mit 20 haben können, aber hätte ich halt nicht, wäre der Weg halt nicht der Weg gewesen, so, ne, ähm, aber ich denke manchmal, oh, jetzt nochmal 20 sein, das nochmal richtig rocken mit dem Wissen, was man jetzt hat, ey, ah, aber gut, es ist, wie es ist, ne, das geht vielen so, die dann sich befreien, ähm, auch mit Hilfe der Kurse oder was auch immer, äh, und dann sich denken, was habe ich bloß die ganze Zeit gemacht, ne, gut, aber komm mal zurück zu dir, also ich gehe mal davon aus, du hast irgendwie noch viel Kontakt zu deiner Mutter, das kann man natürlich erstmal runterfahren und du fragst ja wahrscheinlich, wie wendet man Standard und D-Raker an auf eine Mutter, ist es eigentlich, äh, also meine ganze Arbeit macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied, mit wem du das machst, ob du das mit Freundschaften machst, mit erwachsenen Kindern, äh, kleine Kinder ist natürlich ein Unterschied, äh, Mütter, Väter, äh, Großonkels, Cousinen, ähm, Bekanntschaften, Arbeitskollegen, äh, was weiß ich, du bist selbstständig, äh, andere Firmen, mit denen du arbeitest, äh, sag ich überall das Gleiche, so, ne, nur, ähm, das ist natürlich vollkommen recht, die Umsetzung ist natürlich trotzdem ein bisschen eine andere, also trotzdem gibt es Standards, die man versucht durchzusetzen, und, ähm, D-Raker, das heißt Sachen, wo man eigentlich versucht, den Kontakt eigentlich, äh, ja, wirklich schnell abzubrechen, jetzt ist natürlich, da spielst du natürlich an, wahrscheinlich das Problem, dass man, äh, völlig verständlicherweise und auch irgendwo zu Recht sich natürlich bei den eigenen Eltern da besonders, äh, schwer tut, und ich würde auch sagen, also bevor man den Kontakt zum Elternteil komplett abbricht, äh, muss man schon wirklich wissen, was man tut, weil das löst natürlich auch, äh, klar, dann, äh, bist du nicht mehr Ziel dieser negativen Aussagen, aber du hast, es macht natürlich auch eine Menge Schuldgefühle, den Kontakt, ähm, zur Mutter abzubrechen, ne, deswegen finde ich auch, ja, man sollte natürlich erstmal oft lange und viel versuchen, ähm, halt Grenzen zu setzen, oder immer wieder zu sagen, so, na, du redest nicht so mit mir und dann gehst du eben weg, wenn sie so mit dir redet, ähm, und es gibt viele, ähm, Eltern-Kind-Beziehungen, sag ich mal, ähm, wo das auch fruchtet irgendwo, ne, dass du wirklich vielleicht zum ersten Mal harte Grenzen setzt und dann die Mutter merkt, äh, oh, wow, okay, so kann ich, okay, so kann ich hier nicht weitermachen, äh, oder manchmal auch, äh, oft auch manchmal in Todesnähe so Einsichtsmomente gibt, dass du gesagt, aber scheiße, hab ich wirklich scheiße gemacht und, ähm, es gibt's schon, aber es gibt's auch, dass es, dass eben gar nicht passiert und du weiter, ich benutze mal dein Wort hier, äh, psychisch missbraucht wirst, also hab ich oft in Therapien und so weiter erlebt, dass, ja, also, dass jedes Mal, wenn mein Kind bei meinen Eltern war, in einem desolaten Zustand wiederkommt und wenn du wirklich alles versucht hast und alles probiert hast und es ist immer wieder das, ja, dann kommt man vielleicht zu dem Punkt, dass man sagt, nee, ich muss das wirklich, äh, muss ja nicht für immer sein, aber ich muss jetzt erstmal für einen langen Zeitraum auf, äh, null Kontakt gehen, das ist letztlich das Gleiche, nur, dass man vielleicht noch, äh, sorgfältiger ist, aber der, äh, wenn du jetzt wirklich so eine, sagen wir mal, narzisstische Mutter hast, die sich nur um sich dreht und das von außen nicht gesehen wird und du bist immer die Blöde und du wirst immer, die werden immer diese schlechten Sätze eingeträufelt und, äh, es ist einfach nicht gesund, ne, und, aber ich würde erstmal versuchen, den Kontakt runterzufahren, möglichst wieder aus ihrem Feld zu gehen, äh, und dann einen Schritt, äh, nach dem anderen immer wieder Grenzen setzen, äh, immer wieder längere Pausen weniger sehen und da mal gucken, äh, wo das so hinführt, so, ne, vielleicht ist deine Mutter auch, wenn du jetzt schon Mitte 50 bist, wird deine Mutter ja vielleicht auch Mitte 80 sein oder, äh, oder, äh, weiß ich nicht, zwischen 70 und 80 irgendwo, ähm, vielleicht ist sie auch nicht mehr mental nicht mehr so flexibel, ne, äh, aber da letztes, letztlich, äh, für mein Konzept, das ist ja gerade der Witz an meinem Konzept, dass du ein Tools an die Hand bekommst, äh, wo du für dich eine Entscheidung treffen kannst, wo du nicht gucken musst, ähm, ja, der andere ist ein Narzisst oder der andere ist nicht mehr alt oder, oder das Spiel ist letztlich, in meinem Konzept spielt das letztlich keine Rolle, weil da, man verstrickt sich da immer unendlich, ne, also, kann der andere jetzt was dafür oder nicht, befassen wir uns gar nicht so richtig mit, wir gucken einfach, wie möchte ich leben, wie möchte ich behandelt werden, ich setze entsprechende Grenzen, wenn die nicht eingehalten werden, dann, äh, bewirke ich mich eben in eine andere Richtung, fertig, ne, so, ja, hoffe ich konnte da ein bisschen weiterhelfen, jetzt hoffe ich, dass diesmal der Switch, äh, klappt hier auf die andere Geschichte, so, dann gehen wir mal ganz kurz, äh, für vielleicht auch, äh, neue, äh, durch meine Webseite durch, ähm, wie gesagt, es gibt, ich biete halt hauptsächlich Online-Kurse an, momentan biete ich auch ein paar Sessions an, äh, sehr wenig allerdings, ähm, oder du hast die Möglichkeit auch, mir per E-Mail-Fragen zu stellen, ähm, also das, ähm, also kannst du erstmal hier durchgehen, hier kann man sich halt anmelden für meinen Newsletter, gibt's auch Persönlichkeitstests, ein Verliebtheitstest, ähm, wir haben, hier gibt's auch so Testimonials, könnt ihr auch bei YouTube gucken, meinen Testimonials, äh, Selbsttest, äh, und hier haben wir die, ähm, meist gebuchten Kurse, ähm, da fehlt eigentlich jetzt noch der Dating-Kurs eigentlich, also Modul 0, Liebeskummer, Modul 1 und 2, meine Signature-Kurse, äh, wo es einstieg in dieses ganze Thema, Änderung des Beutelschemas, äh, gesündere Grenzen, äh, die ganze, wie funktioniert diese ganze Dynamik um so Bindungsangst, Verlustangst, und weil viele eben auch Bindungsangst haben, auch wenn sie das erstmal gar nicht denken, habe ich drei Bindungsangst-Kurse, da kann man halt mit Modul 4 starten, Modul 5 sind dann die Dating-Kurse, ähm, und, ja, mein neues Buch, ähm, ähm, und dann haben wir hier noch ein paar Kurse gefeatured, äh, die Dramafasten-Kur, ähm, ah, die geht wieder los am, da muss ich nochmal den 1. Februar reinschreiben, glaube ich, okay, ähm, das ist, glaube ich, da, die geht auf jeden Fall, ist die schon weitergestellt, Glückskurs, Verlustangst, äh, Selbstbehoffnungs-Challenge, folgt mir auch gerne auf, äh, Instagram oder auf Twitter oder auf Tiki-Toki, äh, meine anderen Bücher, aber meine Hauptkursseite ist eigentlich hier oben zu finden, bei, ähm, alle Kursangebote, und, äh, kannst ja auch hier gucken, Beginner, aber eigentlich kann man immer so bei 1 bis 5 oder 0 bis 5, je nachdem auch mal Liebeskummer hat, gut starten, hier mal den Dating-Kurs, ähm, Großpolaritätskurs, mein neuest, ähm, ja, können auch noch zu Lesungen kommen in München, Berlin ist ausverkauft, Glaubenssätze, Ex-Deg-Talks, Verlustangst, Drang-Fasten-Kur, ah, hier steht es 1. Januar, das muss ich dann nochmal ändern, okay, äh, diese Paketpreise, Selbstbewusstsein, und so weiter, und so weiter, passive Bindungsangst, Manifestations-Challenge, das, die finde ich auch persönlich richtig cool, äh, die Energiebooster-Tronx, richtig geil, Notfallkoffer, Eifersucht, dann hier so ein bisschen Profi-Kurse, wenn man schon ein bisschen weiter ist, äh, Sessions, wenn ihr halt eigentlich schon angefangen, wenn ihr noch einsteigen wollt in die Ausbildungsgeschichten, meldet euch gerne, da finden wir schon irgendwie eine Lösung, und, ähm, dann ansonsten gibt es halt noch die Mental-Held-Kurse, äh, das sind, äh, mehr so emotionale Kurse, sag ich mal, Glück, Trauer, Flug, Angst, Resilienzkurs, Wohlfühl-Challenge, und, der, steht auch nochmal zusätzlich, der Selbstbehoffnungskurs, irgendwelche Fragen, schreibt es einfach, und das Video, oder an support.at.liebeschimpunkte, beziehungsweise über das Formular, kümmern wir uns heute möglichst noch drum, und, äh, würde ich mal sagen, wir sehen uns bald wieder, ne, ciao ihr Lieben. ARD Text im Auftrag von Funk